Hallo und herzlich willkommen hier in der Dunkelheit von Obscurity Zusammen mit der bezaubernden Julia Mhm, Schleimer Entschuldigung Und den vorlaufenden Link Hey, ich lauf grad nicht mehr, ich guck grad in diese liga Dinge rein Und stell fest, es ist da nur scheiße Oh, dann bist du jetzt gestorben Ja, ähm, weil ich ja diesen Dunkelheits-Buff noch hatte Und dann bin ich auf dem Zaun aufgeklatscht Ich müsste auch deinen Kopf irgendwo im Moment haben, find den aber nicht Ich hab's geschafft Grabstein schon abgebaut Ja, den hab ich auch gefunden, dann ist ihr Kopf rausgefallen Und der ist jetzt aber nicht in meinem Moment Boah, ey, ja, ich, äh Würd dann demnächst mal gern mal nen Dud holen, aber hier ist ein Zombie Doch, da ist ja Julias Kopf, so, hier, ah ja Ich hab zweimal Julias Kopf, den häng ich jetzt da oben hin, wo er hingehört Also rein theoretisch müsste ja dein Kopf dahin, ja Muss du jetzt einer von aufhängen oder zwei? Ja, theoretisch hängst du beide auch Ja, wir sind, wir sind ja, ne, nicht wir, Ruther ist ja schuld, also Ja Was? Ich bin auch nicht schuld, ich bin auch nicht gestorben hier Extra, ich muss, wir brauchen mehr So, jetzt darfst du mich begleiten, meinen Grabstein wieder zu holen Ja, ja, ich muss nur irgendwie mehr Essen und mir wieder besorgen Jetzt hab ich aber alles aufgefuttert auf dem Weg hierhin und zurück Mhm Mhm Wir haben aber auch nicht mehr wirklich irgendwie essen, oder? Ja, doch, ich hab alles mitgenommen Ja, du hast alles mitgenommen, wunderbar, wir haben nichts mehr hier Ah, Spinnreiter Läuft bei dir Hatten wir nicht mal irgendwo ganz viel Zombiefleisch noch, wo ist das allerdings alles hin? Ach so, wir haben ja Essen, Spitz, ne? So Ja, ich bin jetzt, bevor ich abhabe, häng ich noch ein bisschen Zombiefleisch auf, damit das du ja wieder Bock ankommst Ja, ich hab, wenn wir mal einen Grabstein haben, haben wir auch noch mal Essen Weil ich hatte das, was ich aus den Rewards bekommen hatte, alles in meinem Inventar Ja, da bist du ein Grabstein, kommen wir schon wieder, das kriegen wir hin Hm Kann man alles aufhängen hier, so So, läuft bei uns, und auf geht's jetzt wieder Okay Ist echt ne Scheiße Boop Hallo? Hallo? Uah Ach, hier geht schon wieder los, hier, alles läuft hier rum, Creeper, Zombie Ohma, noch ein Zombie Ja Du bist jetzt schon wieder hin, hast du so reingegangen, okay Ja, ich hab mich hier verzogen Wir sind aus dieser Richtung gekommen, irgendwie komischerweise Also, mir komplett geradeaus ist mein Waypoint Ja So Bin im Übrigen Level 30, huhuhu Wow Nice Wir müssen also mal ein Verzauberungsgesprache, weil auf deinen Links sind so zwei Blizz Mhm Ja, müssen eh gerade raus Zombie hinter dir Jo So Lalalala Mhm Mhm Also, merken wir uns Mit, mit Enderman anlegen, ist ne schlechte Idee Der Enderman wär glaub ich nicht das Problem gewesen Links von uns ist ein Skelett, ich weiß nicht, ob das Agro zieht Ja, deswegen Wo hab ich denn hier? Ah, das schießt auf irgendjemand bei uns Ja, und Zombie ist auch da Oh, ein Creeper Wo bist du denn? Hinter dir ist ein Creeper Ja, ja, hab ich gesehen Oh, ja Bitte Äh, von links, von rechts, wo müssen wir hin? Hier, hier müssen wir geradeaus gehen Direkt hier geradeaus Ja, 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 aber hier ist Gehen wir auf dem Licht nach, wenn wir schon eine Lichtspur haben Geht's vom Licht Nein, geh nicht ins Licht Follow the white rabbit Follow the white rabbit Nein Deutscher Film Jo So, der Zombie, äh, der Creeper ist genau auf unserem Weg Creeper flachsern seinen Weg, oh Kein Wunder Kein Wunder, dass du immer Hunger hast, wenn du immer so viel regenerieren musst Musst du eigentlich so regenerieren? Ja, kommt Schaden Ich renne nur so viel Und wie ist es so schwer? Ja So durch mich ja langsamer Ja Skilett Was? Skilett Komm schon Ja, mach ich fertig, warte Aua Oh, kein Kopf mehr Oh, da kommt der nächste Oh, dein Kopf ist aber diesmal echt schnell nachgewachsen Ja Ich hab Einen Kopflosen Reiter Nachwuchstrank oder sowas So Ja Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's Ja Ich kann's Also eigentlich noch nicht sehen, aber Fast Ich kann schon riechen Nein Du kannst schon deinen Grabstein riechen Cool, wie kommst du jetzt da raus? Du hast wahrscheinlich nichts mitgenommen, oder? Nee, natürlich nicht Cool Ich hab ne persönliche Garde, so Wir haben ja auch so viel Besonders Essen Ich kann ihn sehen Einen Grabstein Oh mein Gott Ich hab ihn ein bisschen freigelegt, damit man ihn gut findet, genau Und warum die Block abgebaut Yay, sie hat das Zeug wieder Danke schön So, jetzt lass mal hier Feiern wir Oh, nein, 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 nein Zombie Deine Retter ist hier Oh, da kommt noch ein Zombie Oh Oh, noch ein Zombie Ich hab ihn wieder generieren So Brauchst du noch Essen? Ich hab noch 17, alles gut Okay Gut So Dann, jetzt nach Wir wollten uns Richtung Link machen Richtung Link begeben Einfach weiter gehen, glaube ich Ja, jetzt mittlerweile wird uns ja auf der Karte angezeigt Nicht Ja, da vorne ist irgend so ne Burg oder so Keine Ahnung, nicht das Das ist aber nicht das, wo wir hinwollen Aber da bist du drin noch was? Nö, ich hab mich hochgekaut Ich stehe hier oben Ach ja, da oben, dann kommen sie gleich wieder runter, oder? Das ist nicht das, wo wir hinwollen Wollen wir jetzt da trotzdem reingehen, wollen wir grad hier sind, oder? Ja, ich würd doch schon mal reingehen Naja, da gibt's nichts Ja, aber trotzdem Gibt's Spawner Und Köpfe Ja, nötiges Zeug Das gucken wir uns jetzt an Egal, wie unnötig das ist Wollen wir mal was sehen hier Eben, mich interessiert schon was das da ist Ja Kommst du runter, oder bleibst du da oben? Ich bleib da oben Was machst du da oben? Ich geh da Weiß ich nicht Man weiß es nicht Ich geh da nicht nochmal rein Langweilig Hallo? Hallo? Okay, da ist nix Das sind kleine Räume Hallo? Hallo, Plumpsklo, Hallo Tschüss Ist auch nix? Ne, nix Hier ist ein Zombie Wollt ich wohl grad Licht machen Hallo? Mit Rüstigfunkern, das war nicht so schnell Kann nur sein, dass Julia gleich stirbt, wenn da Spawner auf einmal sind Ah, ich sterb nicht Was ist das für ein Labyrinth hier drin? Du nicht Keine Ahnung Hallo? Hallo? Die sind von den Dingern, hab ich so noch nie verstanden Die sind Gebäuden, ach, die haben bestimmt irgendeinen Sinne Ja, ne, eben nicht Außer, dass man sich hier verläuft überall Ja, das, äh Hallo, hallo, Tür Hier ist ein Spawner Mach ich kaputt Ja, und ne Truhe Und in der Truhe drin Ja, hab ich auch Spawner-Truhe Jede Menge Spawner-Truhe Ich sag doch, da gibt's nichts Ja, aber wir wollen uns das trotzdem angucken Ja, dann macht sich doch hier oben so lang Wir kennen das doch noch nicht Wir haben zerstörten Spawner, aua Ja, hab ich jetzt auch vier Stück von Ihr hab ich gewöhnlichen Inhalt Ich hab hier Kopf von Pocofen Kopf von, weiß ich nicht Kopf, Kopf, Kopf Und irgendwelche Dunkelstahl Alles klar, läuft bei mir Ich schmeiß meine Mausgabe Oh, Junia muss irgendwo hier sein Ja, ja, ich bin da Hier geht's noch weiter hoch Wollen wir mal weiter oben gucken? Das ist so schrecklich, wenn Ein Bild einfach plötzlich hängen bleibt Und es liegt ja nicht am Spiel oder sowas Das Bild hängen bleibt Es liegt ja immer Maus Wofür braucht man diese Köpfe eigentlich generell? Wenn so viele Köpfe in diesem Spiel gibt Für nichts Einfach, das sind Die Köpfe kommen aus einem Mod Ich glaub Headcrumps Und das sind einfach die Entwickler von den Mods Aha Okay Ah, hier sind Spawner Ah, da ist auch ein Spawner Ein Skelettspawner Ey, jetzt geht meine Maus grad gar nicht mehr gleich Wie nachher haben wir die Spawner Ah, da ist auch ein Zaubertes Buch drin Und in Tarmanow become Änder sie die Samen Siehste, läuft doch Kann man immer gebrauchen Also änder sie die Samen so schon Oh Gott, die sei grad fast verreckt In meiner Haus Ich bin grad Ich werd einfach zugefallen Ja, siehste, wer ist da mit uns hier drin? Eben Es geht grad gar nicht mehr Jetzt die letzte Zeit ging's ja noch einige Mal So, jetzt geht grad gar nichts mehr sie hängt sie einfach alle zwei zentimeter für zwei sekunden auf und dann springt sie wieder weiter muss probleme ich glaube wir gehen noch eine tasche weiter ja ich bin gerade genau ja das macht man mit dem württeln gewöhnlich vor allen dingen und dann macht er nichts vom trauma traumkraft bist du schon eine etage weiter oben ja ich bin hier ist irgendwie nix gewöhnliches amulett oder durch das ganze leerlings und zwei stick ist ein paar köpfe da rein diese gewöhnlichen amulett und ring und sowas brauchst du nicht es verbraucht nur platz moment okay wenn sie anlegen und stört sich nicht diesen tolle räume wo geht es wieder hoch dann immer noch ein höher oder wollte sich schon angucken und wo war das ich glaube das muss irgendwo links sein da oben wartet schon eine spinne auf und habe ich gesehen und ruhe da ist nicht aber echt aufpassen weil die machen hier echt so löcher im boden und so voll fies von denen könnte eventuell nicht gewesen du warst das doch schon da drin ja eventuell ein paar löcher im boden ich habe nicht mehr viele fackeln und dann habe ich genau noch eine ich weiß wo das zeug ist linken ausgeräumt du hast das wir können der andere seite runter hüpfen kriegt ja nicht viel verschaden du musst ja nicht wieder in durchs ding laufen hast du sagen ja du hast eine jetzt einmal um das ding rum und dann weiter die richtung wie wär's wenn ihr euch einfach ein wegpunkt setzen das wäre zu einfach pass auf hier kommen viele monster und so ich bin auch ein bisschen lowlife ihr könntet euch einen weg setzen ja jetzt müssen wir erst bei uns hier frei kämpfen so du willst jetzt wohin mal einer von euch b machen den wegpunkt bei 952 also xx 952 217 217 und es sonst müssen jetzt noch 500 meter sein oder so genau 555 also genau auf der anderen seite das gebäude ist und dann noch ein stück geradeaus ich komme ich habe keine fackeln mehr geht so wie einfach ich bin bleib bei dem habe ich die jetzt weggeschmissen ja ich habe die fallen lassen jetzt gerade die fackeln glaube ich habe ich habe hier jetzt von dir aufgehoben hier ist ein lach am boden da ist einer der ist aus käse und läuft hinter dir her ich habe keine mehr ich habe dir meine ganzen fackeln in die hand getroffen das geht bis zu einem tod hier sind wir hier schon wieder aufgehoben ah nein wir haben uns jetzt gerade gegenseitig erschlagen hmmm nein du musst uns doch wieder erschlagen ja aber du hast auch einmal auf mich drauf gehauen ne ich habe mich auch aufgehauen sicher? nein siehste mal aber ich bin relativ sicher dass ich dich nicht geschlagen habe hier ist nichts ich glaube ich bleib hier weil das bringt nichts es bringt gar nichts hier ach doch hier ist was ok ich schaff das jetzt nicht alleine bis zu euch soll ich dich wiederholen? ne ne ich guck mal ich würde zurückfliegen und sie holen keine ahnung du kannst hier ja einen gleiter bauen damit sie schneller hier ist kannst du hier auch machen während ich unterwegs bin also ich bin jetzt eigentlich ich bin jetzt schon hinten an dem ding dann bau dir mal einen gleiter ich warte hier bei deinem ich warte hier einfach auf den bei dem stein hier mach jetzt hier party solange einen gleiter wie heißt der denn auf deutsch da drin? gleiter gleiter oh wow gleiterflügelpaar oder gleiterflügel? gleiterflügelpaar wahrscheinlich der aus openblocks wenn ich nur gleiter eingebe dann bekomme ich nichts von openblocks heißt er heißt er keine ahnung im englischen heißt er hangglade kann sein das englisch ist da ist er gleitschirm aus gleitschirmflügeln leder und die zwei stücke das zweimal kannst doch gleich zwei bauen ja ich schaue aber erstmal ob das leder überhaupt soweit reicht ja in den kisten sind überall verteilt leder stimmt betonung liegt auf überall verteilt und ob Julia den gleiter fertig kriegt seht ihr in der nächsten folge was? ja ist so klasse sache bis dahin tschüss bis bis